Hüte dich vor Coaches, mach das auf gar keinen Fall, das wird auf jeden Fall nicht das Richtige für dich sein. Sind Coaches überhaupt sinnvoll? Wie komme ich auf dieses Thema? Ich war in einer Facebook-Gruppe und da wurde genau dieses Thema, sage ich mal, aufgegriffen. Konkret war es so, dass jemand folgendes geschrieben hat. Gibt es hier jemanden, der Coaching im Bereich Kundenakquise und E-Mailing anbietet oder etwas in dem Bereich? Ich habe wirklich oft Probleme damit, potenzielle Kunden am Ball zu halten. Oft funktioniert die erste Kontaktaufnahme und dann bekomme ich nach ein paar Mails irgendwie einfach keine Antworten mehr. Ich mache mir echt sehr viele Gedanken darüber, was womöglich schiefgelaufen ist und das geht mittlerweile so weit, dass es sich auf mein geistliches Wohlbefinden auswirkt und mein ganzes Gewerbe ist praktisch eine einzige Baustelle. Vielleicht kannst du dich gerade selbst identifizieren mit dieser Person. In der Regel ist es so, dass sehr viele Fotografen und sehr viele Videografen auch einfach das Problem haben, an Kunden zu kommen. Sie wissen nicht wirklich, wie das geht. Sie haben oftmals nicht mal irgendwie ein klares Ziel vor Augen. Sie haben keine klaren Strategien vor Augen und sie haben auch keine Klarheit im generellen Kontext. Okay, kann ich das überhaupt so machen oder muss ich das so machen? Und holen sich dann eben Ratschläge von oftmals anderen Filmemachern. Was ja auch in Ordnung ist. Nur das Problem ist, man stoßt auf gewisse Kommentare, die aus meiner Sicht nicht gerade sinnvoll sind. Wir haben hier eine Person, die dann folgendes geantwortet hat. Die ganze Branche geht auf dem Zahnfleisch. Das ist Nonsens. Ja, es gehen sehr viele Leute, geht es tatsächlich nicht so gut, wenn man so sagen kann. Also sehr viele haben Probleme mit dem Business, mit Vertrieb und Marketing, wenn man so sagen kann. Die meisten Fotografen und Filme verstehen tatsächlich ihr Handwerk. Aber sie wissen einfach nicht, wie sie konstant Umsätze machen. Sie wissen auch oftmals nicht, wo kommt überhaupt mein nächster Kunde her. Aber genau dafür gibt es zum Beispiel auch Coaches, die dir das eben zeigen können und dir auch da helfen können. Aber okay, ich mache mal weiter, was diese Person schreibt. Alle Corporate-Filme, die ich gemacht habe, wurden auf Messen akquiriert oder auf Messen gedreht oder für Messen gedreht. Anhand dieser Aussage, ja, erkenne ich schon immer so ein bisschen, okay, Messen. Messen sind wie gesagt sinnvoll. Will ich gar nicht bestreiten. Das Ding ist nur, Messen finden seit zwei Jahren nicht mehr wirklich statt. Also vielleicht im kleinen Rahmen. Aber so richtig Messen, wie man es mal eigentlich mal gekannt hat, finden nicht mehr statt. Und das ist auch mein erster Tipp an dich so. Wer gibt denn diese Tipps von sich? Weil dieser Tipp ist, aus meiner Sicht, im heutigen Kontext völliger Nonsens. Weil du kannst nicht auf Messen gehen und tatsächlich Akquise machen. Weiter schreibt diese Person und hüte dich vor Coaches. Wer es kann, macht es. Wer es nicht kann, unterrichtet es. Und wer auch das nicht kann, verwaltet es. Die besten Fußballtrainer sitzen vor dem Fernseher. Jo, okay. Die besten Fußballtrainer sitzen vor dem Fernseher. Finde ich eine etwas lustige und spannende Aussage, wenn man so sagen kann. Warum hat dann jedes Fußballteam einen Fußballtrainer? Ja, wenn das so schlecht klappen würde. Okay. Du musst dir erst mal die Person anschauen. Wer sagt sowas? Und wie gesagt, wir zeigen hier keine Profile oder irgendwas. Aber was ich dir nur sagen kann ist, wenn man sich diese Person natürlich auch mal angeschaut hat, ist die Frage, ist sie denn wirklich so erfolgreich, wie sie sich von sich gibt? Ist das eine Person, wo du sagst, da wäre ich auch gern? Und ist es eine Person, von denen es tatsächlich sinnvoll ist, so einen gewissen Ratschlag überhaupt anzunehmen? Denn diese Person ist, wenn ich nenne es jetzt mal so, wie es ist, ein sogenannter alter Hase. Das heißt, diese Person hat bereits sehr viele Aufträge gemacht und hat sehr viele Kunden gehabt. Und diese Person bekommt wahrscheinlich zu 95% ein gewisses, gewisse Weiterempfehlungen und lebt eigentlich nur vom Weiterempfehlungsgeschäft. Und das ist super. Will ich gar nicht verneinen. Du sagst, ja, herzlichen Glückwunsch, hast du gut gemacht. Ja? Aber was bringt dir das? Bringt dir dieser Tipp tatsächlich was? Wenn dir jemand sagt, hey, ich kriege all meine Kunden über Weiterempfehlungen. Das bringt dir doch in deiner Situation absolut gar nichts. Das ist ja schön für diese Person. Aber du stehst jetzt an einem Punkt, wo du sagst, okay, aber wie komme ich denn an meinen nächsten Kunden? Damit ich ja auch mal dahin komme. Damit ich auch über Weiterempfehlungsgeschäft. Und so ein tolles Leben, wenn man sagen kann, führen kann. Und deswegen sage ich dir, mein erster Tipp ist so, guck mal erstmal drauf, wer die Person ist, die dir diesen Ratschlag tatsächlich gibt. Was ich auch sagen möchte ist, hüte dich vor Coaches, sagt diese Person. Ja? Ich versuche es mal begreiflich zu machen. Angenommen, du lernst jetzt eine Person kennen oder du kennst jemanden aus deinem Freundeskreis und diese Person kommt zu dir und sagt, hey, ich habe eine neue Kamera. Ja? Ich habe mir hier, keine Ahnung, die neue 1DX Mark III gekauft oder so. Und ich habe keinen Plan, wie die funktioniert. Jetzt kannst du ja hingehen und dieser Person erklären, wie man manuell fotografiert oder wie man manuell filmt. Die Person kann es natürlich auch alleine rausfinden und sich anschauen, okay, was ist Verschlusszeit, was ist die Blende, was sind Framerates, was sind verschiedene Auflösungen und so weiter und so fort. Aber stell dir vor, die Person geht zu dir und du erklärst es dieser Person. Wie viel schneller würde die Person das begreifen? Wahrscheinlich sehr viel schneller. So. Das heißt, du kennst ja schon die Lösung zu dem Problem von dieser Person. Und da musst du mir wahrscheinlich gerade zustimmen und sagen, ja, okay, macht schon sehr viel Sinn. Genauso ist es mit Personal Trainern. Angenommen, du bist übergewichtig, ja? Oder, keine Ahnung, du willst dich einfach sportlich in deiner Leistung verbessern oder ähnliches. Dann kann es gut sein, dass du vielleicht stagnierst, dass du seit 10 Jahren dieselbe Figur hast und irgendwie nicht weißt, wie komme ich denn voran? Wie geht es denn vorwärts, ja? Und du hast vielleicht schon sämtliche Diäten ausprobiert und nichts hat funktioniert. So, und jetzt kommt aber der Personal Trainer und kann dir aber ganz genau sagen, naja, das und das und das kann gar nicht für dich funktionieren. Du musst es so und so machen. Und der erklärt dir dann, wie das geht und auf einmal hast du richtig geile Resultate. So, bei einem Personal Trainer, da hinterfragt es doch keiner mehr heutzutage. Da funktioniert das komischerweise. Da sagen die Leute so, ja, ich habe durch diesen Personal Trainer 5 Kilo abgenommen oder ja, 10 Kilo abgenommen oder ähnliches. So, und genau dasselbe ist es, wenn du dir halt einen Coach buchst, der für dich die Lösung schon kennt, der das schon mehrfach erprobt hat, der das schon mehrfach gesehen hat mit sämtlichen Leuten, die ja immer wieder zu ähnlichen Resultaten geführt hat. Okay? Und ich erzähle mal so auch ein bisschen der Grund, warum Coaching sinnvoll ist, auch wenn du es mir vielleicht jetzt nicht glauben magst, ja. Das Ding ist, zum einen, ich bin zum Beispiel den Weg selbst gegangen. Ich weiß, wie man an Kunden kommt. Ich weiß, welche Preise man ansetzen kann. Ich weiß, welche Fehler man vermeiden sollte, weil ich es selbst durchgegangen bin. Und ja, ich habe mir auf diesem Weg auch immer wieder Coaches geholt, die mir auch gewissermaßen den Weg gezeigt und geleitet haben, ja. Was ein guter Coach vor allem macht ist, er erkennt Muster, wenn man so sagen kann, und repliziert diese. Das heißt, er sieht bei sämtlichen Leuten, die er coacht, immer wieder den Fehler, den Fehler, den Fehler oder das klappt, das klappt, das klappt und das gibt man dann anderen Leuten weiter. Und das funktioniert dann. Wir hatten einen weiteren Kommentar darunter, der dann sagt, kreiere Videos, die dir Spaß machen. Arbeite für free. Zeige dich und deine Videos. Und du bekommst automatisch Aufträge. Aber nur, wenn du auch gut bist. Und du kämpfst dagegen alle Mediengestalter und Filmhochschulabsolventen an. So, und dann kam das Lustigste noch. Und wenn es auf die Psyche geht, auf jeden Fall rechtzeitig Psychologen aufsuchen. Nutze ich selbst auch und kann es nur empfehlen. Kasse zahlt sowas auch. Ja, auch hier wieder, wie gesagt, zum ersten Tipp, ja, schau an, wo die Person steht. Und willst du wirklich da auch hinkommen? Also, wenn mir jemand sagen würde, er geht zum Psychologen, weil er es psychisch nicht mehr packt, dass er gerade, dass es nicht bei ihm läuft, würde ich ganz viel Abstand von dieser Person nehmen und vielleicht nicht die Ratschläge annehmen, die diese Person sagt. Und ich möchte auf ein konkretes Beispiel eingehen. Ja, die Person sagt, hey, mach Videos, die dir Spaß machen. Arbeite for free. Und dann läuft das. Okay, das stimmt in einem gewissen Grad. Natürlich geht das irgendwo. Angenommen, Beispiel Hochzeiten. Du machst deine ersten 1, 2, 3 Hochzeiten for free. Bekommst dann weitere Empfehlungen. Das macht dir Spaß. Und es fängt an, langsam zu laufen. I get it. Der Punkt ist aber, wenn du zum Beispiel Musikvideos machst. Ja, ich kenne viele Leute, die machen Musikvideos. Und die machen das, weil die sagen, es macht mir voll viel Spaß. Und die machen das auch kostenlos. Das Problem ist, wenn du nicht checkst, dass du eigentlich gerade eine Zielgruppe anvisierst, die im Endeffekt super broke ist und wo du niemals wirklich damit Geld verdienen wirst. Denn die meisten da draußen, meisten Musikproduzenten, haben keine Kohle. Also in Deutschland gibt es vielleicht 5 bis 10 Leute, die sich tatsächlich mit Musik gut über Wasser halten können. Und da hinzukommen ist eine Reise, die ich dir nicht wünsche. Und selbst die, die oben stehen, glaubt mir, ich habe da schon die wildesten Storys gehört, ziehen trotzdem ihre Musikvideoproduzenten ab. Deswegen, wenn du dann einfach so einen Ratschlag annimmst und die ganze Zeit dich auf Musikvideos fokussierst und dich dann am Ende des Tages wunderst, okay, warum werde ich nicht erfolgreich, warum verdiene ich damit nicht irgendwie mal Geld, warum kann ich es nicht damit schaffen, die Selbstständigkeit zu gehen, dann liegt es am Ende des Tages nicht mal an dir, aber einfach daran, dass du dir keine Hilfe geholt hast, dass dir das mal jemand gesagt hat. Dass dir jemand einfach mal klipp und klar gesagt hat, damit wirst du es ziemlich schwer haben oder beziehungsweise eine Firma aufbauen können, die dich wirklich gut über Wasser hält, sodass du dann vielleicht seinen Vollzeitjob oder ähnliches auch kündigen kannst oder einfach komplett in die Selbstständigkeit gehen kannst. Ja, und diejenigen, die Musikvideos schon gemacht haben, können mir wahrscheinlich zustimmen. Ihr wart froh, wenn ihr 500 Euro bekommen habt für drei Monate Arbeit. Deswegen, genau da ist ein Coach eben gut, weil er dich genau vor solchen Fehlern bewahren kann, aber dir auch genau sagen kann, was sinnvoll ist, welche Branchen sinnvoll sind, welche Zielgruppen du auf jeden Fall akquirieren solltest und welche eben nicht. Was die Person auch sagt ist, dann bekommst du automatisch Aufträge. Und anhand dieser Aussage merke ich schon so, okay, diese Person hat eigentlich gar keine Ahnung, wie sie selbst an den nächsten Auftrag kommen soll. Weil diese Person, wenn sie dir diesen Ratschlag gibt, sagt sie, naja, begeb dich ins Hoffnungsmarketing und hoffe einfach drauf, dass automatisch irgendwie ein Auftrag zu dir zugeflogen kommt. So, und das kann natürlich passieren, das ist halt dann, wie gesagt, Hoffnungsmarketing, darauf kannst du dich verlassen. Das kannst du dann ungefähr so vergleichen wie mit, sagen wir, deiner Diät. Ja, du kannst von heute auf morgen einfach sagen, okay, ich esse einfach gar nichts mehr oder sehr wenig und das kann schon klappen. Das wird mich schon irgendwie ans Ziel führen, aber wahrscheinlich sehr unbequem und vielleicht schaffst du es auch gar nicht. Also vielleicht bekommst du gar nicht die Resultate, weil einfach nichts zu essen wird in der Regel nicht dein Problem lösen. Und du müsstest halt dich vielleicht einfach gesünder ernähren oder vielleicht auch mal Sport betreiben, okay. Und da ist es halt wieder sinnvoll zu sagen, okay, vielleicht zeigt mir das eine Person, vielleicht hole ich mir Hilfe, die mir eben zeigt, wie ich an mein Ziel komme bzw. wie ich eine erfolgreiche Diät führe, anstatt einen Hungersnotstreik auszuüben, okay. Und das ist nämlich genau dasselbe, was diese Person dir im Endeffekt empfiehlt. Die sagt dir halt, naja, kann schon klappen so, hoffentlich, mach einfach gute Arbeiten und automatisch kommen dann vielleicht Aufträge. Was ich aber auch sagen möchte, ist natürlich, es ist immer die Frage, was sind denn da gerade deine Bedürfnisse? Wenn du gerade einsteigst, ja, und gerade die Kamera lernst, dann brauchst du jetzt kein Coaching dir holen, das dir im Business oder im Marketing und Vertrieb hilft. Das brauchst du erst später. Am Anfang sind Workshops sinnvoll oder auch Online-Kurse, wenn man so sagen kann, die dir praktisch die Basics beibringen. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, hey, jetzt bin ich eigentlich echt voll gut, aber mir fehlen die Aufträge. Oder ich kriege nicht genug für meine Aufträge. Irgendwie mache ich was falsch. Wie kann ich denn damit noch krasser werden? Und das ist, wie gesagt, dieser Coach da, dass er dir dein vorhandenes Business, wenn man so sagen kann, nimmt und einfach nochmal hebelt und dir so ein bisschen zeigt, yo, wenn du das und das noch umsetzt, dann läuft es eben richtig Rakete. Okay? Ich weiß, es glaubt mir niemand. Weil das ist ungefähr so, ja, wenn du einem anderen Unternehmer erzählst, ja, ich bin der geilste Filmemacher oder ich bin der beste Fotograf, natürlich erzählst du das über dich. Du kannst ja, du wirst ja schwer sagen, ich bin echt scheiße. So. Und deswegen blende ich jetzt hier und da mal einfach nur Kundenergebnisse ein von meinen Teilnehmern, weil mir glaubt das ja eh keiner. Ich bin mir, das weiß ich, ja. Und deswegen schau dir einfach mal diese, sag ich mal, Ergebnisse an, die jetzt hier eingeblendet werden. Gibt es denn Leute, bei denen es nicht klappt? Natürlich. Natürlich gibt es Leute, bei denen es auch nicht klappt, ja. Beispiel Personal Trainer. Da kann es gut sein, du buchst dir jemanden und dein Ziel ist es, 10 Kilo abzunehmen und am Ende hast du vielleicht nur ein Kilo abgenommen oder gar nicht abgenommen, vielleicht hast du sogar zugenommen. Ist das jetzt die Schuld des Personal Trainers? Die Wahrscheinlichkeit würde ich jetzt sagen, wenn es schlecht ist, natürlich, aber in der Regel würde es wahrscheinlich vielleicht eher sogar an dir gelegen haben. Weil wenn er das schon bereits mit sämtlichen anderen Kunden gemacht hat, die mit seiner Hilfe extrem gute Resultate erzielt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es vielleicht an dir gelegen hat. Das heißt, natürlich gibt es auch bei mir Teilnehmer, ja, die es nicht umsetzen. Und ich kann, da will ich nicht helfen, selbst wenn ich nachhake und sage, hey, wie läuft's, hey, willst du mich mal umsetzen? Und da nichts kommt, kann ich schwer dafür sorgen. Ich kann keine Person dazu zwingen, dass sie bitte das Coaching umsetzt, ja. Natürlich spielt es eine große Rolle, ob deine Bilder oder Videos auch gut sind. Das will ich gar nicht verneinen. Meine Erfahrung ist, bei den Teilnehmern bei mir, wo die Bilder oder Videos recht gut sind, wird es eigentlich recht einfach. Dann setzt man ein, zwei Hebel um und auf einmal geht's to the moon, ja. Dann auf einmal sind fünfstellige Monatsumsätze doch noch möglich, okay. Das Ding ist halt, was ich nur sehe, ist, die meisten Fotografen oder Filmer haben wirklich auch gute Arbeiten. Also technisch ist oftmals nie der Mangel da. Aber das ist das Lustige. Viele denken immer so, wenn meine Technik besser wird, dann kriege ich auch die besseren Aufträge oder überhaupt mehr Aufträge. Und dann kaufen sie sich die Technik und checken dann, scheiße, war ja doch nicht die Lösung. Und deswegen, ja, ein Coach, wie gesagt, hilft dir nicht, in der Regel dein Business von 0 auf 100 zu bringen, sondern ein Coach hilft dir vor allem, wie gesagt, dein vorhandenes Business, das du jetzt schon hast, zu nehmen und es nochmal richtig krass zu pushen, je nachdem, wo du gerade stehst. Dieses Thema, ja, Coaching ist natürlich in aller Munde und oftmals auch sehr kritisch betrachtet, ja. Und ich bin mir auch recht sicher, dass es gute Coaches gibt und nicht gute Coaches gibt da draußen. Und ich hoffe, ich konnte dich gewissermaßen darauf jetzt ein bisschen sensibilisieren. Aber lass mich gerne wissen, was du dazu denkst. Schreib es mir einfach in die Kommentare. Und, ja, wenn du dich natürlich für so etwas interessierst und sagst, okay, hm, irgendwie habe ich genau diese Probleme, die er gerade angesprochen hat, bei mir läuft es auch nicht so richtig gut im Business, ja. Was kann ich denn tun, um an neue Kunden zu kommen? Was kann ich tun, um einfach vielleicht auch höhere Preise zu nehmen? Oder, oder, oder. Dann melde dich doch einfach bei mir, ja. Trag dich ein auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann schauen wir uns erstmal einfach deine Situation an. Und auch schauen wir uns einfach mal an, ob und inwiefern ich dir da überhaupt helfen kann. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.